Bereits zum dritten Mal drehte sich auf der Tortenmesse alles rund um Motivtorten, Backen und süße Leckereien. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von der Messe Halle Hamburg-Schnelsen. Die Location für Ihre Messe, Ausstellung, Tagung, Ihr Seminar oder Ihren Workshop. Cupcakes oder mehrstöckige Hochzeitstorten. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen war der Wettbewerb auf der Tortenmesse in der Messe Halle Hamburg-Schnelsen. Von Tortenzubehör Backformen und Backwaren über Küchenutensilien bis hin zu Bäckereien, Konditoreien und Konfisserien. Das Herz von Torten- und Süßwarenliebhabern schlug schlagartig höher, als sie die Messehalle betraten. Wir haben dieses Jahr 34 Aussteller, einen guten Mix gefunden, dass also der Besucher alles kaufen kann, was er sich schon immer auf dem Wunschzettel notiert hatte. Wir haben einen tollen Tortenwettbewerb wieder. Wir haben diesmal erstmalig einen Live-Tortenwettbewerb. Das heißt also, in dem Wettbewerb werden dann eben die tollen Stücke produziert und dann nachher auch prämiert. Dann haben wir natürlich auch eine attraktive Tombola, die wieder für einen guten Zweck eingesammelt wird, sprich für Subvenio. Als Hauptpreis haben wir diesmal eine Artisan-Kitchen-Aid-Küchenmaschine, die am Sonntag verlobt wird. Einzigartig macht das die Stimmung von den Ausstellern her. Für die Besucher das Angebot. Wir haben auch einen Live-Wettbewerb immer und Live-Präsentationen auf den Bühnen, die dann auch per Video übertragen werden. Also rundum ein ganz attraktives Paket. Ich bin insbesondere deswegen hier, weil meine Tochter sehr gerne backt, die gerne Fondant-Torten und solche Sachen macht. Ich mache selber lieber so die Rezepte von Oma, die herkömmlichen Rezepte. Und wir suchen ein bisschen Inspiration, neue Ideen und ein bisschen Material, was wir dann verwenden können. Die Messe würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es eben doch ganz viele Ideen gibt, die man sich hier holen kann. Demonstrationen, Vorträge und auch verschiedene Workshops halfen Anfängern sowie Hobbybäckern dabei, ihre Fähigkeiten auszubauen und neue Techniken zu lernen. Auf einer Live-Bühne zeigten Künstler ihre besten Kreationen und der ultimative Tortenwettbewerb war das Highlight der Tortenmesse. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von der Messehalle Hamburg-Schnelsen. Die Location für Ihre Messe, Ausstellung, Tagung, Ihr Seminar oder Ihren Workshop. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.